ja als erstes haben wir den heiko viele werden ihn vielleicht auch schon kennen heiko hat ja mal die bombe im gehirn video reihe übersetzt hat das damals mit uns bei freiwillig frei gemacht arbeitet in einer gewaltberatungsstelle ist das richtig ja genau und hat auch ein paar videos gemacht ich und mein start von denen ich ein riesen fan bin insofern freue ich mich ganz besonders auf den heiko und seinen vortrag und ich würde sagen heiko los geht's ja ich muss ich mal genießen dass hier so viele leute sind die an an cap happening teilnehmen wollen und dass ich jetzt zu denen sprechen darf man ist ja doch als anarcho kapitalist relativ einsam und da ist das wirklich eine ganz besondere gelegenheit und ich freue mich einfach tierisch dass ich euch meine gedanken erzählen kann ich habe mir richtig mühe gegeben dass neue gedanken das gibt es noch nicht ich finde das richtig gut was ich da erzähle aber das werden wir noch sehen ob ihr das auch so seht ja also ich habe mir den modernen start angeguckt und die traumatisierte persönlichkeiten habe festgestellt es gibt eine sehr gute passung zwischen diesen beiden dingen was natürlich für unsere zwecke sehr tragisches oder schwierig ist aber von daher komme ich mit einer gewissen erschwerenden oder deprimierenden oder vielleicht demotivierenden message dass es nämlich alles viel schwerer ist als man denkt aber ich glaube man muss die situation realistisch analysieren sonst holt man sich nur eine blutige nase und hat keinen erfolg gut fangen wir an vor 170 jahren da war ungefähr 1848 bisschen gerundet gab es in deutschland eine revolution und das war nicht nur deutschland sondern auch überall sonst die ideen von persönlicher freiheit von eigentum von rechts sicherheit waren in aller munde und der liberalismus war politisch sehr starke kraft da gab es revolutionen das heißt die leute waren im staat total unzufrieden haben gesagt weg damit die blöden herrscher die stören uns und das ist ja eigentlich das was was wir ja auch verstehen dass das eben herrscher sind und dass wir die eigentlich nicht haben wollen das hat schon vorher angefangen in den usa war hat sich das zuerst gezeigt 1774 in europa dann 1789 das ist ja wahrscheinlich alles bekannt einfach noch mal um sich zu vergegenwärtigen wie das damals war also eine sehr andere zeit als heute ich habe mal ein paar zahlen rausgegriffen die vielleicht nicht ganz fair sind weil der staat damals natürlich ein ganz anderer ist als der staat heute aber trotzdem kann man daran sehen dass der staat sehr fest im sattel sitzt bei reichsgründung in deutschland 1872 war die steuerquote bei sechs prozent und ist dann auf 23 prozent zuletzt gestiegen also eine vervierfachung die staatsquote das hat der anteil von staats von wirtschaftstätigkeiten der auf den staat zurückgeht bei der reichsgründung 14 prozent und ist jetzt bei 45 prozent gibt unterschiedliche rechnungen aber im groben verdreifacht und die zustimmung zur demokratie also ist die demokratie die beste staatsform sagt am besten 86 prozent ja ist so das heißt die herrschenden hatten erfolg bei der aufgabe ihre herrschaft als legitim erscheinen zu lassen und fest im sattel zu sitzen nun hat stefan blankatz der ja auch anwesend ist in diesem wunderbaren buch das libertäre manifest geschrieben die zentrale frage libertärer theorie lautet warum der staat trotz der bekannten nachteile und die sind ja hier in diesem publikum wohl bekannt eine solch universelle verbreitung und kaum zu brechende stärke hat das finde ich genau richtig das ist die zentrale frage libertäre theorie und ich habe mir dazu gedanken gemacht aber ich bin ja nicht der erste hans hermann hoppe hat sich dazu auch schon was überlegt und er hat in einem buch in einem aufsatz das sociology die economics and sociology of private property glaube ich hat er sich gedanken darüber gemacht wie das dazu gekommen ist dass der staat heute so mächtig ist und so unhinterfragt also ohne stärke hat und er ist auf drei maßnahmen bündel gekommen ich jetzt ein bisschen erläutern werde das erste bündel dieser maßnahmen kann man zusammen oder fast hoppe zusammen als kaufen von unterstützung das erste strategie beim kaufen von unterstützung ist die sozialpolitik bismarck war ja der erste also deutschland war der erste staat auf der welt der sozialversicherung eingeführt hat das heißt arbeiterkrankenversicherung arbeiterinvalidenversicherung arbeiterinnenversicherung war das damals und also in den 80er jahren des 19 jahrhunderts und das basiert ja darauf dass den produktiven in der gesellschaft etwas weggenommen wird und den im moment nicht produktiven das heißt den rentnern den arbeitsunfähigen den kranken etwas gegeben wird also so genannt eine umverteilung von oben nach unten und bismarck dazu gesagt im nachhinein mein gedanke war die arbeitenden klassen zu gewinnen oder soll ich sagen zu bestechen den staat als soziale einrichtung anzusehen die ihre wegen besteht und die für ihr wohl sorgen möchte also er hat genau verstanden was er da eigentlich vor hat der war auch klar ich bin hier machtpolitiker ich versuche die die vorherrschaft des adels und des des höheren standes zu sichern und deswegen muss ich verhindern dass die sozialisten revolution machen und das hat er ja auch ganz gut erfolgreich hinbekommen und seine strategie war eben rennenversicherung oder sozialversicherung einzukommen das hat finde ich sehr gut funktioniert der zweite maßnahmenbündel was ich nicht so wirksam finde aber das auch eine rolle spielt ist dass man kartellbildung unterstützt als herrschende klasse und das funktioniert jetzt ich nehme mal das beispiel der ärzte auch wenn man vielleicht bei kartellen eher an schwerindustrie denkt oder sowas das ist auch richtig aber ich nehme mal beispiel der ärzte dann bekommt vom staat eine lizenz und mit dieser lizenz die der staat natürlich in der hand halt und jederzeit auch wieder wegnehmen kann hat man die möglichkeit geld zu verdienen und zwar in einem markt der durch relativ hohe einschrittsschranken genzeichnet ist so dass billige konkurrenz von außen newcomer nicht so leicht reinkommen so dass die kartellinhaber die kartellen mitglieder die die lizenz besitzen höhere preise verlangen können ich bin als psychologischer psychotherapeut auch mitglied in einem solchen kartell und zahle immer jedes jahr eine beiträge an die psychotherapeutenkammer ja daher weiß ich mich das anfühlt und die idee von hoppe ist eben dass wenn man mitglied dieses kartells ist dass durch diesen ökonomischen vorteil den man hat man dem staat bankbar ist und damit gehöre akzeptanz beim staat die folge ist die dritte strategie ist was in blank als buch finde ich so treffend genannt wird als okkupation es werden nämlich gesellschaftlich erwünschte funktionen wie zum beispiel die bildung der jugend vom staat okkupiert und alle leute die dann vorher in privaten schulen gearbeitet haben arbeiten jetzt in staatlichen schulen das heißt der arbeitgeber wechselt von einem privaten arbeitgeber zu einem staatlichen arbeitgeber und damit hat der staat also die idee ist wenn ich das mein lebensunterhalt vom staat bekomme akzeptiere ich ihn eher also eigentlich ein ökonomisches argument das wäre alles kaufen von unterstützung im sinne von hoppe maßnahmen bündel 1 jetzt kommen wir zu maßnahmen bündel 2 die verfassungen der staaten wurden von monarchischen verfassungen verändert in demokratische verfassungen das hat den vorteil dass nicht nur mitglieder der herrschaftsfamilie der königsfamilie und die der höfische adel die chance hat den herrschaftsapparat zu beeinflussen sondern dass jetzt auch einflussreiche bürger und wirtschaftlich erfolgreiche bürger oder medial erfolgreiche bürger die chance haben den herrschaftsapparat zu beeinflussen wenn man die chance hat die herrschaft zu beeinflussen dann ist man schon gar nicht mehr so ganz dabei eine revolution zu machen sondern dann hofft man vielleicht dass man da auch hinkommt das erhöht die akzeptanz aber auch bei denjenigen die nicht die hoffnung haben teil des herrschaftsapparats zu werden also bei den wählern bei mir zum beispiel kann so die die idee von hoppe eine demokratische verfassung eher die akzeptanz des staates fördern weil ich ja die idee habe mit meinem kreuzchen oder beim etatistischen gebet was ich ab und zu mal machen kann habe ich irgendwie die hoffnung dass den staatsapparat so gestalten kann wie das wie das für mich richtig ist ich habe also ich möchte gerne dass irgendwie das so gemacht wird dort oder dass es so gemacht wird und ich habe irgendwie die idee ich kann damit reden ich kann das mitbestimmen eine illusion aber trotzdem hat das den effekt dass das mehr mein staat wird wenn es ein demokratischer stadt ist so das argument von hoppe der dritte faktor der die akzeptanz des staates erhöht wird war die förderung des nationalismus also die idee dass mein staat oder der staat der hier ist irgendwie besser ist als der staat der da drüben ist und diese idee wurde halt massiv durch propaganda gefördert staatliche schulen und es wird sich dann natürlich da auch darin hingehend aus dass dann heimische produzenten eher geschützt werden als ausländische produzenten das passt natürlich den ausländischen produzenten und den ausländischen staaten nicht dadurch entstehen spannungen und das wird dann eben immer wieder auch zum krieg und das hat man in den letzten 150 jahren ja auch gesehen also zwei viele viele kriege auf dem europäischen festland und eben auch der die zwei weltkriege und wenn ein spannungsfall eintritt oder ein kriegsfall eintritt auch das erhöht natürlich turbo mäßig die akzeptanz des staates weil wenn ich einen gegner habe der so erscheint es jedenfalls der bevölkerung nicht platt machen will dann will ich natürlich dass mein staat gewinnt weil der schützt mich ja und lässt mich nicht umbringen also das ist auch bekannte strategie wenn ich außen innenpolitische probleme habe mache ich einen krieg dann habe ich die bevölkerung wieder hinter mir also dieser mechanismus ist hier gemeint und das sind die drei maßnahmen bündel die hoppe in seinem aufsatz ausgearbeitet hat finde ich ganz gut ganz treffend ich glaube das ist eine richtige analyse vielleicht fehlt noch hier und da was aber ich habe natürlich was daran auszusetzen möchte das gerne ergänzen hoppe hat die idee das ist ja auch das thema was machen wir denn jetzt mit dieser analyse hat die idee ideen können sich über nacht ändern das ist auch richtig wenn ich überlege wie mir zum ersten mal das argument begegnet ist der staat basiert auf gewalt das war ein schock für mich aber ich habe sofort verstanden hat eine weile gedauert dass ich das dann in meinem system eingebaut gekriegt habe aber das ist eigentlich einfach zu verstehen und wenn man das einmal versteht dann kann das eben tatsächlich über nacht sich verändern in der bevölkerung also diese phänomen gibt es und das wenn man das so sieht dass das der entscheidende mechanismus ist dann ist klar der vorschlag ist klärt auf rüttelt wach überzeugt wir müssen das aus bewusstsein fördern dass wir ausgebeutete klasse sind und dass es eine ausbeutende klasse gibt und dann wird alles besser das ist auch konsistent was hoppe macht weil er ist ja jemand der schreibt bücher und erklärt auf und rüttelt wach macht das auch ganz gut finde ich und ich glaube aber dass es da eben annahmen gibt die ich nicht ganz teilen kann er sagt nämlich der etatismus ist ein intellektuelles problem das ist er auch aber nicht nur und er sagt auch dieses problem lässt sich auf der ebene von bewusster diskussion von information lösen und meine these dagegen ist ich fasse es hier mal ganz kurz zusammen damit der bogen der nicht gleich spannend deutlicher wird ich finde dass der staat sich als bindungsfigur anbietet und bindungsfiguren brauchen eigentlich nur kinder und traumatisierte personen haben für diese bindungsfigur ein starkes unbewusstes bedürfnis das heißt wir reden über dinge die unbewusst sind und der rege emotionale dinge das heißt ich würde auch ergänzen wollen und sagen ja es ist ein intellektuelles problem und es ist ein bewusstes problem es gibt sehr viel propaganda und sehr viel verwirrung und sehr viel ökonomische unkenntnis aber es auch ein emotionales problem und es ist ein unbewusstes problem das heißt manche leute wissen gar nicht warum so sehr am start festhalten und das möchte ich jetzt erläutern wie es dazu kommen und meine these etwas belegen und dazu muss ich erstmal natürlich jetzt über traumatisierung sprechen und ich muss über bindung sprechen also damit bitte ich jetzt um ein bisschen geduld dass ich als psychologe mich mal ein bisschen breit mache und das ist ein schwieriges thema weil ich werde die dinge behaupten über das unbewusste die vielleicht auch euch betreffen und die auch nicht betreffen vielleicht und ich will nicht behaupten ich weiß besser was in euren köpfen los ist aber trotzdem muss ich das irgendwie tun also es ist ein bisschen schwierig ich bin mir dessen bewusst sagen was mal so mal gucken wie wir damit nachher umgehen gut also fangen wir mal an erstmal was über bindung wieso ist bindung so wichtig was ist das überhaupt mit dieser bindung ich glaube bei bindung hat man oft das gefühl so ein bild im kopf die mutter hält ihr säugling in arm und die haben die richtigen abstand weil die das kind die augen des kindes nur eine bestimmte scharfstellung erlauben und so das ist irgendwie biologisch eingebaut das ist so ein harmonisches wunderschön bild bindung dient aber dem überleben das heißt wenn wir über bindung reden geht es um den tod mit totes säuglings der verhindert werden soll das muss man sich mal klar machen dass das bildungsverhalten system etwas hat mit überleben zu tun hat es geht also nicht um so sehr schöne sachen sondern es geht darum dass babys gefressen werden dass babys zu kalt werden und sterben und so was und das bildungssystem verhindert das und da ist schon wieder harmonie drin aber es ist ein mechanismus der das überleben sichern soll und es ist so bindungssystem haben reptilien nicht vögel und säugetiere haben das und das liegt daran dass reptilien und säugetiere nein vögel und säugetiere hirn haben die nicht so sehr stark von genetisch festgelegten verhaltensprogramm gesteuert sind sondern die sind relativ offen das heißt lernfähig der vorteil davon ist dass man in umwelten hinein geboren werden kann die genetisch sozusagen nicht vorhergesehen werden sondern können neu sein und dafür braucht man natürlich dann um in dieser neuen umwelt zurecht zu kommen eine ausgewachsenen art genossen der einem schützt und der das beibringt wie das geht denn dieser welt erstmal klar kommt so deswegen bindungsangewiesenheit weil wir so ein offenes hirn haben und der mensch hat das auf die spitze getrieben wir haben ein derartig offenes gehirn und derartig kreatives gehirn dass wir umwelten vorstellen können die es noch gar nie gegeben hat und wir können diese umwelt auch noch schaffen wir können umwelten mit computern und smartphones schaffen komplett neue geschichte und trotzdem können wir uns darauf anpassen und vielleicht sogar deutlich uns entwickeln und es tut uns gut also deswegen wir haben den größten neokortex im verhalten zum körpergewicht von allen anderen von allen tieren und dann war das problem zunächst waren wir vierfüßig und dann sind wir auf dem zweibeinigen gang und zweibeiniger gang erfordert ein relativ schmales becken und dann wird der geburtskanal kleiner und ich habe ein großes cortex im kleinen geburtskanal wie löst man das problem das kind wird einfach früher geboren das ist der mensch wird ist schon mal genannt worden eine physiologische frühgeburt das geboren ist physiologisch normal aber er ist halt wenn er dann zur welt gekommen ist noch nicht so ganz stabil und deswegen es gibt ja die einteilung nest hocker die sind erst gibt nestflüchter also mein ding giraffen die fallen da raus die mutter leckt die rennen los unglaublich auch säugetiere und der mensch eine dritte sorte das nämlich tragling da muss erstmal ein paar paar monate rumgetragen werden damit die regulation die der mütterliche körper als er noch drin war geleistet hat fortgeführt werden kann schlafrhythmus verdauung temperaturrhythmus solche geschichten ist alles durch die mutter noch mit geregelt werden deswegen ist ein tragling also das alles nur mal so als schlaglichter warum bindung für den menschen ganz besonders wichtig ist warum der mensch am anfang seines lebens besonders darauf angewiesen ist dass eine fürsorgliche umwelt für ihn geschaffen wird ja und dass er halt besonders verwundbar ist am anfang jetzt möchte ich das mit der bindung mal ganz kurz erklären mit einem kleinen schaubild das ist kräftiger okay also bindung das erklärt jetzt mal so also fangen wir oben an oder hier also nehmen wir mal an es ist der gute fall wir nehmen den günstigen fall an alles bestens säugling oder das junge kind wir sind jetzt nicht nur beim tragling hat das gefühl mutter ist sicher meine bedürfnisse sind erfüllt mir tut nichts weh ich bin satt und dann kommt eben das bedürfnis was für den menschen sehr sehr charakteristisch ist dieses offene hirn das braucht jetzt futter ich will wissen was ist mit dieser welt los und dann wird die wird das die mutter wird langweilig und dann wird die welt total interessant das kind fängt an zu spielen spiel ist die arbeit dass die arbeit des kindes hat materia montessori gesagt das arbeitet richtig was die alles machen in den ersten monaten die dann laufen und sprechen und und haben eine frustrations toleranz die sind sowas von leistungsmotiviert also das ist explorationsbedürfnis ich will mehr werden ich will stärker werden ich will meine gliedmaßen kontrollieren ich will die welt meine kraft mit der welt kraft entnässen und wachsen und das ist eigentlich ein super normaler zustand und das ist gut wenn das kind das ganz viel macht nun ist ja bei dieser gewählt eben auch gefahr aber ich erklärt da gibt es irgendwie säbelzahntiger aber die gab es glaube ich gar nicht aus menschen gehabt ich weiß das nicht gut und dann springt eben in gefahren nehmen wir mal eine schlange und das kind hat irgendwie ist gefährlich dann passieren zwei dinge es nimmt diese gefahr war da ist auch wirklich eine gefahr oder der schein einer gefahr ist auch egal und das geht wird total aufgeregt das bindungssystem springt an herzrate geht hoch adrenalin und stress das ist stress und das ist gut so das kind das schreit entweder rente es zur mutter wenn es das kann oder ruft die mutter und die mutter holt es und dann hat die mutter zwei aufgaben sie muss sich erstens um das problem da draußen in der welt kümmern was ist mit dieser schlange verscheuchen oder erklären war nun der liane wir sind ja im dschungel ganz klar und zweitens die aufregung diese bindungs den stress das bindungsverhalten antreibt den bindungsschrei muss sich gut lange schlange weg und erstmal muss sie die aufregung des kindes aufnehmen und jetzt wird er so runter das ist ein ganz wunderbarer tanz zwischen mutter und kind oder vater und kind und dadurch wird das die erregung unterregeln also es sind zwei aufgaben die welt muss bewältigt werden aber die regel des kindes muss auch bewältigt werden nach und nach lernt das kind das selber zu tun aber das dauert eine ganze weile so und dann ist das bindungsverhaltenssystem irgendwann abgeschaltet und dann wird die mutter langweilig und dann sind wir wieder und dann geht das wieder los entscheidende punkt ist wir haben normalerweise im idealfall niemals das aktiviert und das aktiviert sondern entweder das aktiviert oder das aktiviert wenn ich also im bindungsstress bin habe ich kein interesse über die welt was zu lernen da will ich nur mein arsch soll wieder gerettet sein ja so jetzt will ich nichts lernen und wenn ich mein bindungssystem abgeschaltet ist dann würde ich halt meine welt wieder kennenlernen also das ist so eine wippe nennt man das das verschieden dass die behalten systeme an sind oder eben aus sind und nicht beide zugleich wenn also wenn das so funktioniert es gibt auch fälle wo das nicht so ist da kommen wir jetzt gleich zu dann eine eine mutter die das gut macht die nimmt die signale ihres kindes war es schreit das heißt dies erstmal auch zugegen sonst kann sie die signal nicht wahrnehmen die interpretiert die signale richtig und reagiert dann prompt und angemessen darauf das war jetzt die definition von feinfühligkeit und feinfühlige mütter kriegen kinder mit sicherer bindung das heißt die kinder haben irgendwie kapiert mit der kann man arbeiten ich kann ruhig in die welt rausgehen wenn es schwierig wird die rettet mich alles klar das ist sichere bindung und da gibt es irgendwie keinen zweifel dass das hier ein problem ist in solchen fällen wird das bindungssystem relativ schnell wieder beruhigt nach dem nach einem stress ereignis und es wird komplett abgeschaltet das heißt das kind kann sich die meiste zeit hier aufhalten und kann sich auch der exploration komplett widmen ohne zurückzuhalten und solche kinder haben eben kognitive vorteile emotionale vorteile soziale vorteile und motorische vorteile also diese bindungs geschichte ist einfach total wichtiger faktor gut reicht muss weitermachen so jetzt gucken wir uns auch schade jetzt gucken wir uns mal den fall an traurig traurig wo das alles richtig schief geht also traumatisierung da bin ich jetzt noch gar nicht erzähl jetzt erstmal die szene also nehmen wir mal an das kind ist jetzt vier jahre alt und spielt in der küche und nimmt sich solche metallenen kochtöpfe aus dem schrank und hat so einen pannenwender und klappert darum macht richtig lärm diese metallische geräusch das kann schon so ein bisschen nerven ja so dann macht es noch einen kühlschrank aus und nimmt eier und macht wieder kaputt rohe eier und dann gibt es eine saurerei jetzt kommt die mutter dazu die ist schon ein bisschen genervt weil dieses geräusch und so und jetzt hat meinetwegen auch einen traumahintergrund und das trifft irgendwie es triggert irgendwie ihr trauma das ist nicht so viel über mutter nachdenken also wir nehmen jetzt mal ein vieles nur plausibel machen dass das das ist wirklich passiert so jetzt ist getriggert findet das geht unverschämt und das ist eine saurerei macht und das geht überhaupt nicht und das ist ganz schrecklich und dramatisiert das total und erlebt das kind als ein monster was die küche ruiniert und in dem moment rastet sie aus fühlt sich innerlich legitimiert gewalt anzuwenden schlägt das kind das kind schreit das findet sie vielleicht unboten mäßig und unverschämt und sie tritt das kind das kind durch die küche fliegt nimmt sich den besen und haut in volle wucht auf das kind ein so sehr dramatische szene ist jetzt eine möglichkeit wie man traumatisiert werden kann gibt natürlich andere allein lassen emotionaler missbrauch ich gehe jetzt mal einfach dieses bildzeitungsmäßige plastische nehme ich jetzt mal als beispiel gibt auch unterschiedlichste konstellationen hier gibt es jetzt keinen vater in meiner geschichte aber einfach mal das argument klar wird bitte mal einfach folgen jetzt hat das kind ein problem das bindungssystem ist durch die schläge natürlich massiv aktiviert hoher stress das bindungsbedürfnis ich muss jetzt unbedingt meine mutter haben die sich in meinem beispiel jetzt meinetwegen ganz gut verhalten hat sonst das heißt es gibt irgendwie eine bindungserwartung das klappt irgendwie mit der mutter ich muss zu meiner mutter unbedingt und dann schreck die mutter ist das problem die mutter ist mein angreifer ich muss weg von meiner mutter so das was soll es da jetzt tun jetzt gibt es im stammhirn dafür vier fs im englischen fight flight freeze faint also kämpfen keine chance dreimal so schwer dreimal so groß vergiss es weg laufen ist schon da schon zu spät ist ich hätte vorher weg laufen das geht nicht erstarren ja vielleicht einen kurzen moment hilft aber nicht die haut weiter was bleibt übrig die schwächste aller reaktionen ich bin tot ich tue so als wäre ich tot ich werde ohnmächtig aber immerhin vielleicht sagt das raubtier ist es will ich nicht oder ist abgelenkt und dann kann man in dem moment wieder weg rennen oder so also eine todstelle feint ich werde ohnmächtig ja das ist auch eine notabschaltmechanismus wenn man zu lange unter maximalen stress ist das zersetzt die gehirnzellen also das gibt es eine notabschaltung weil das einfach zu heftig ist so jetzt wacht das kind wieder auf und jetzt hat es ja ein problem noch eins ich brauche diese mutter ich bin jetzt mal rationaler sprecher für dieses kind ich brauche diese mutter um in dieser welt klar zu kommen ich bin vier jahre alt ich kann nicht alleine klarkommen das geht nicht das ist schon mal gesetzt also mutter ist sicherer hafen das muss ich irgendwie hinkriegen wenn ich jetzt aber weiß dass meine mutter ein lebensgefährlicher gewaltvulkan ist der wenn ich bestimmte punkte drücke wieder explodiert dann ist meine mutter kein sicherer hafen der ist kaputt ich kann mir nicht erlauben zu wissen dass meine mutter gefährlicher gewaltvulkan ist damit ich sie als gute figur behalte aber ich kann mir auch nicht erlauben es nicht zu wissen weil ich sonst diesen gewaltvulkan nicht managen kann ich muss ja gucken dass ich nicht auf den triggerpunkt treffe kann ich mich wieder mit den töpfen spielen und eier da reinschmeißen kann ich mir nicht erlauben das heißt ich muss wissen und nicht wissen zugleich und dafür gibt es eine geniale lösung also es unglaublich wie überlebensfähig diese kinder sind aber wir alle strukturelle dissoziation wird das genannt bei der psychologie ich erkläre das jetzt und zwar spaltet sich die persönlichkeit in verschiedene anteile auf die eine weiß die andere weiß nicht und damit gibt es auch noch jemanden und man muss sich das so vorstellen diese anteile sind wirklich wie eigene personen also ich wenn ich jetzt mit patienten so arbeite dann fühlt sich das so an die können das so erleben und das entspricht ihrem erleben dass es wirklich eigene personen sind ohne dass man jetzt sagt das sind multiple persönlichkeiten oder so man also ja ich weiß nicht wie das erklären soll aber es sind jedenfalls nicht nur emotionen unterschiedlich sind sondern das sind auch persönlichkeiten mit unterschiedlicher weltsicht erklärt es jetzt gleich dann wird das vielleicht deutlicher so posttraumatische persönlichkeit 1 in bezug auf die mutter wir kriegen das nachher noch mal in bezug auf den staat es bleibt also übrig oben der a np heißt er jetzt demnächst immer dass der anscheinend normale persönlichkeitseinteil das persönlich das anteil muss eigentlich weg a&p der ist bewusst das ist der normale junge vier jahre alt die meisten seiner funktionen bedürfnisse sind in dem untergekommen das ist der meiste teil der persönlichkeit die meisten erinnerungen sind verfügbar eben zum beispiel die erinnerung meine mutter ist gut die schützt mich ich bin ein braver junge meine mutter ist eine gute mutter alles in ordnung das ist die bewusste ebene jetzt gehe ich mal ein überspringe ich den täteranteil der opferanteil das ist das wissen um die traumaszene ich habe gespielt ich wollte nichts böses die hölle brach los ich habe es nicht ausgehalten ich bin unbewusst worden das war schrecklich meine mutter ist gefährlich das ist unbewusst man kann das messen wenn man leuten wörter da bietet ganz ganz kurz die brauchen wörter die mit einem mit einem trauma in berührung stehen brauchen die länger dieses wort zu erkennen das zu lesen neutrale wörter kann man besser lesen das liegt daran dass das hirn unbewusst dieses wort erkennt ohne dass der der leser es weiß und dann sagt wo dieses wort das ist gefährlich das weg erinnerungen die wollen wir nicht haben ich muss man gerade ein paar hemmungsschrauben anziehen so jetzt darfst du lesen also es wird vorher die erinnerung abgekoppelt von dem wort und dann kann man das wort lesen so kann man das zum beispiel messen um klar zu machen wie automatisch das hirn das macht das machen wir nicht mit einem coolen plan sondern das macht das hirn automatisch das filtert die die stressreize raus so das ist die der opferanteil und das problem ist der wird abgekoppelt von der entwicklung des anscheinend normalen persönlichkeitsanteils der ist immer vier jahre alt die mutter ist immer gefährlich der ist immer so klein die mutter ist immer so groß und er braucht immer schutz das ist ewig die hölle ist ja auch irgendwie definiert durch die ewige wiederkehr von dem selben übel und das ist eigentlich ein gutes beispiel von einem traumatisierten teil persönlichkeitsanteil also wirklich eine hölle und das ja das problem ist der wächst nicht mit der kriegt nicht mit dass er vielleicht in einem 50 jährigen körper lebt und deswegen wird er auch nie sich entspannen und sagen die alte können wir gar nichts mehr tun so das wäre dann die aufgabe in der therapie dahin zu kommen so jetzt haben wir noch den täteranteil der heißt deswegen täteranteil weil er die strategie der mutter einfühlt das ist der der das managt das ist überlebenssichernde system der sagt sich moment was habe ich gemacht ich habe da lärm gemacht ich war da unordentlich und dann ist meine mutter ausgerastet ok aber wie war das du ungezogenes kind was machst du für einen scheiß wo kommen wir da hin ist ja gefährlich so geht das dann kopiert es diese diese haltung der mutter dies abwerten und furchteinflößend kopiert es macht es selber nach nicht weil es die mutter so toll findet nach macht sondern weil das genau die richtige strategie ist um nicht die trägerpunkte der mutter zu treffen deswegen kopiert das opfer den täter um sich vor ihm zu schützen sozusagen vorauseilender gehorsam wenn ich mich so anschreibe meine mutter dann mache ich genau das was meine mutter nicht will dann komme ich um das problem drum rum und werde nicht geschlagen so weiter ein bisschen schwierig ist er ist jetzt halb bewusst und halb unbewusst wenn man klienten fragt dann kann man eigentlich oder wenn ihr euch selber fragt man kann eigentlich spüren wir alle haben so einen inneren kritiker das ist so einer in ihre kritiker der haut der redet mit uns wenn du das machen wird es für die polizei ruft und das ist also der kommt mit so emotionalen schockwellen so hast du schon wieder der schockt die entscheidende normale persönlichkeit ins korrekt sein und das ist lebenswichtig als vierjähriger natürlich und man erlebt das so als also ja mache ich das schon nicht so also dann folgt man dem einfach und man kommt nie dahin zu gucken wieso schreit der mich eigentlich so an was hat der täteranteil so vehement wie man macht einfach macht das einfach so und deswegen ist das sozusagen die motivation von dem täteranteil unbewusst der weiß ja was los war der hat kontakt zum opferanteil aber ist unbewusst nur das ergebnis eingespeist in die anscheinend normale persönlichkeit der erfolg ist man kann in der illusion weiterleben dass die mutter sicher ist und man kann trotzdem den lebensgefährlichen gewaltvulkan managen und der preis ist aber man kann nicht mehr auswerten emotional auswerten wer für mich gefährlich ist welche mächtigen figuren mich bedrohen oder ausnutzen das kann ich ja gerade nicht tun weil dann wirklich wahrnehmen können dass die gefährlich sind das habe ich mir ja gerade ins unbewusste abgeschoben ja das könnt ihr vielleicht schon ahnen wo ich hinaus will aber jetzt gucken wir uns noch mal an diese einzelnen persönlichkeitsanteile welche bedürfnisse haben die eigentlich welche neigungen haben die einfach noch mal ein bisschen um rein zu fühlen wie sind die denn so drauf also der anscheinend normalen persönlichkeitsteil ist es irgendwie so ein braver junge der hat das bedürfnis sich daran zu orientieren die mächtigen was wollen die von mir was erwarten die mir wo darf ich auf jeden fall nichts kaputt machen wir müssen vorsichtig unter dem einfluss des täteranteils auf den wir gleich kommen sie sind auch anhänglich daniel wird einer meiner lieben künstler hat mal gesagt gesungen gebrannte kinder fliegen hoch doch niemals weit die sind anhänglich weil die in die welt hinausgehen die welt erkunden was war mit meiner mutter ich glaube ich muss noch mal gucken ja die sind die können nicht wirklich komplett ihr bindungssystem abschalten und in die welt hinausgehen explorieren sondern sie müssen immer sich ja gewissern was ist mit der mutter ist alles noch okay so und die sind dann so klebrig und die mutter dann gehen wir spielen so jetzt nicht alle kinder die anhänglich sind haben das erlebt aber das ist ein effekt kommen wir nachein noch zu warum das wichtig ist natürlich sind die auch nicht so spontan die müssen ihre impulse immer kontrollieren könnte das gefährlich sein die sich so authentisch ich muss immer kontrollieren was erinnere ich was fühle ich eigentlich vielleicht fühle ich ja die traumasszene wieder um gottes willen also ich bremse mich und deswegen habe ich auch angst im kontakt ich gehe nicht voll in den kontakt sondern ich halte mich zurück das ist nachvollziehbar einfach mal als schlaglicht der täteranteil ist naturgemäß herrschaftslustig nicht weil er so herrschaftsgeil ist sondern weil er aus notgetrieben die gefährlichen gedanken an die traumasszene die vielleicht auftauchen unterbinden muss wegschocken aber auch das zu denken und es muss natürlich auch die impulse das zu tun was die mutter so aufgeregt hat unterbrechen durch dieses wegschocken er ist immer paranoid weil er natürlich ständig scannt könnte wieder was passieren wie ist es schon wieder so weit sie ist schon wieder so gespannt aus so und die strategie ist eben durch abwertung das gefährliche zu unterbinden und durch angsteinjagen und wir kennen ja vielleicht alle eine institution die mit dieser strategie arbeitet der staat also das ist dieselbe strategie komme ich gleich noch zu und der opfernteil möchte natürlich habe ich ja schon erklärt der ist vier jahre alt der entwickelt sich nicht ich möchte die schutz und sicherheit soll endlich einfach frieden sein ich brauche jemanden der mich schützt irgendwie für diesem horror bitte sei doch einfach eine gute mutter da ein guter vater da das wäre einfach richtig klasse dann hat er ja die schwächste abwehrstrategie ohnmacht gewählt um aus der traumasszene auszuscheiden und es gibt natürlich im stammenhänd auch immer noch diesen impuls zu sagen das beste wäre doch eigentlich ich könnte das problem selber regeln ich habe den angreifer platt und dann ist es erledigt das ist in uns drin wenn wir angegriffen werden würden gerne kämpfen das wird natürlich gehemmt wenn wir uns ausrechnen das hat überhaupt keine chance und deswegen war das richtig dass das kind das abgehemmt hat aber der opferanteil hat immer auch den impuls zu sagen ich hätte ja gern gewonnen das müssen wir uns merken es ist auch eine sehr erniedrigende erfahrung so platt gemacht werden so so diese erniedrung möchte gerne auch eine heilung finden dadurch dass man ich bin wieder wer ich bin wirksam ich gelte was das möchte da sein und natürlich der soziale aspekt das ist ja eine sehr innige beziehung zwischen mutter und kind und wenn das so unterbrochen wird ist das auch eine soziale ausstoßung du gehörst nicht dazu du bist laut du bist unverschämt und dreckig und ich ist kein wert ich nehme dich nicht ernst und wir vertragen uns auch nicht sondern du bist mein feind so die mutter ja wenn sie schlägt das kind deswegen hat er das bedürfnis nach dazugehören ernst genommen werden so nach vertragen jetzt gucken wir uns noch mal hoppe an der hat ja so ökonomische zoologische faktoren aufgezeigt wir erinnern uns unterstützung kaufen war ein maßnahmenbündel wie der staat seine akzeptanz verkauft oder erreicht und guck mal welche bedürfnisse werden hier angesprochen und wenn der staat in einer existenziellen notlage ich bin jetzt krank kann man lebensunterhalt nicht verdienen wir stellen uns vor 870 viele fabrikarbeiter geringes lohniveau zu viele menschen und ich kann meinen lebensunterhalt nicht verdienen in indien ist das heute auch irgendein rickscherfahrer wenn der krank wird das ist eine katastrophe kommt der staat und sagt kein problem ich habe hier geld für dich ist zwar zwangsfinanziert aber ist ja egal er rettet dich er gibt dir was krankenversicherung ich habe mir die geschichte der krankenversicherung mal angeschaut in den freiheitskeimen die leute haben die meisten die in der zwangsversicherung dann krankenversicherung die sie haben zum ersten mal einen arzt gesehen da sind bevölkerungsschichten erreicht worden die man nie einen arzt gesehen war zwar aber muss man erstmal würdigen dass das erst mal richtig geil war da war ein arzt der könnte sich damit aus der konnte leben retten cool wie gut so also was damit sagen will ist das spricht den opfereintal an der natürlich vier jahre ist unbewusst und der möchte einfach schutz haben und das macht der staat macht er auch mit seinem rechtssystem oder so aber wir reden jetzt über die faktoren die in den letzten 150 jahren dazugekommen sind und das ist eben das sozialversicherungssystem und er fühlt sich mit vier jahren immer darauf angewiesen dass jemand starkes ihm hilft und das tut der staat an dieser stelle und da entsteht im vergleich zu einem nicht traumatisierten entsteht hier ein unbewusster vertrag der vierjährige sagt okay das nehme ich das geil während ein nicht traumatisierter mensch sagen würde okay ist gut ist guter deal vielleicht gibt es noch ein anderes angebot oder können wir das nicht vielleicht ein bisschen ändern so der möchte auch die sicherheit ich möchte auch versichert sein gegen krankheit ich will auch in der rente was bekommen aber ich würde darüber bewusst nachdenken und ich hätte nicht dieses unbewusste ding zu sagen der staat ist eine bindungsfigur auch geil und ich nehme das alles von dem der ist gut und das auf meiner seite das ist ja die idee das darf unbewusst wenn der staat also hier dann als bindungsfigur eintritt und akzeptiert wird unbewusst ohne dass das den dort klar ist gibt es ein starkes emotionales band zwischen staat und opfer oder trauma und dann ist auch der a der anscheinend normale persönlichkeitsanteil zufrieden weil er jetzt jemand starkes hat der sagt wo es lang geht die gesetze gibt vorgaben und dann bin ich ein anständiger braver bürger was wird von mir erwartet ich gewählen ich zahle meine steuern und das tut mir aber leid ja also man ist man ist ein gesetzestreuer bürger und es ist die pflicht zur wahl zu gehen es gehört sich einfach so und das fühlt sich gut der anscheinend normale persönlichkeitsanteil weil er möchte ja die bösen die mächtigen nicht ärgern so wenn man jetzt den faktor demokratisierung anguckt das war ja die idee der staat wird zu meinem staat weil ich kann daran teilhaben kann mit regieren wenn man sich mal die innenpolitik anschaut eine parlamentsdebatte das ist ein kindergarten das sind kinder die hauen sich um die ohren was für unverantwortliche moralisch gefährliche ja also das angst menschen die anderen sind die das wollen dass die schwulen heiraten dürfen oder das mehr militär oder mehr polizei ist völlig egal in welche richtung auf jeden fall ist der andere immer schlecht gefährlich so und das wenn man da nichts gegen tut wächst die paranoia dann wird es schlimmer also würde sagen das ist eigentlich passt wunderbar ist eine also demokratie und beteiligung an der politik ist eine wunderbare einladung für den täteranteil seine herrschaftslust auszutoben und mit seinen methoden um zu bieten okay entschuldigung ja danke ja also das ist sozusagen denn dieses kämpferische kommt gleich nochmal und der opferanteil demokratie hat ja auch so was so was soziales so was wir sind alle eins es geht um den gemeinwillen es geht um was ist gut für deutschland und dann hat man manchmal vielleicht ich hatte früher die idee die sitzen im parlament und fragen machen experten hearings und regeln darum was das beste für deutschland und dass diese idee ja ist ja demokratisch so verkauft diese idee spricht einfach den opferanteil an weil das sind endlich mal die kümmern sich ums gute und das ich kann auch mitreden ich bin ich bin deutschland du bist deutschland die werbung genial trifft genau den opferanteil ich kann habe eine stimme ja ich darf auch sagen was ich will so hört zwar keiner drauf ist die einladung dazu fühle dich aufgehoben dass wir entscheidet das ist auch so was wir vertragen uns alle das ist die idee der dritte faktor nationalismus förderung und dann letztlich im krieg ja ist auch dasselbe politik außenpolitik ist eben auch der feind sei es putin oder obama ist im moment sehr aktuell das ist auf jeden fall gefährlich und böse und wir müssen da was gegen tun und das wird alles schlimmer so das ist eine einleitung an den täteranteil sich richtig auszutoben und wenn es dann eben unbewusst läuft ist es nicht mehr rational kalkuliert sondern das ist etwas mit sehr frühen emotionen zu tun der täter der opferanteil wird auch angesprochen weil im krieg also erstmal der nationalismus wer sein ich habe jetzt mal diesen papst geschrieben was der ratzinger da gewählt worden ist dieses oder wenn wir es auch schon wenn wir eine weltmeisterschaft gewinnen sind wir nicht alle ein stückchen größer ja also dieses dieser effekt das ist unbewusst der opferanteil ist unbewusst aber es ist natürlich das ist so guter oder wie sagt man öl auf meine mühlen wasser auf die mühlen geht viel runter so wenn endlich diese erniedrigung mal geheilt wird dass wir sind groß wir sind stark wir sind wieder wer in der welt also müssen ja denken 150 jahre zurück imperialismus hochrüstung das ja das brach den opferanteil sehr an ich hatte ja auch gesagt der opferanteil möchte gerne auch mal gewinnen möchte das problem selber regeln und das kann man dann eben wenn der feind jetzt die an die eigenschaften der mutter bekommt der übermächtige bedrohliche gefährliche gegner ist dann kann ich den kampf gegen meine mutter endlich führen ohne mich daran zu erinnern wurde eigentlich kampf stattgefunden hast und wie ich da unterlegen bin gut und dann kommen wir jetzt noch mal zu der folie zurück die eben bezug auf die mutter hatte also dann ist der anscheinend normale persönlichkeitsanteil eben im glauben der staat schützt mich der ist meine bindungsfigur das ist mein guter vater meine gute mutter das opferanteil braucht den weil er immer noch glaubt ich kann gar nicht selber für mich leben ich brauche immer noch jemanden einfach der mir die hand führt der auf mich aufpasst in dieser gefährlichen welt voll von mösen nächten außenpolitisch und innenpolitisch und der täteranteil kann sich im austoben im innenpolitischen kann er ihm alles möglich verbieten veggie day oder sonst irgendwas verboten oder kann eben kämpfen im außenpolitischen wenn dann irgendwie kampf angesagt ist ja das habe ich ja schon gesagt das opfer bekommt eben seine als lebensrichtig empfundene bindungsfigur der staat bietet sich an erfolgreich auf unbewusster ebene und dann kann eben auch lieber der mutter die gewaltförmigkeit der herrschafts vom staat nicht mehr emotional ausgewertet werden wenn das so ist glaube dass das so ist aber das können wir diskutieren dann ist wenn ich jetzt ein argument bringe jemanden der so strukturiert ist und sage als du der staat den du so liebst das gefährlich der ist auch böse der lüger nicht ein gutes das ist im grunde die aufforderung du traumatisierter mensch erinnere dich daran wie es war dass eine mutter dich traumatisiert hat das ist ein mensch der vielleicht 40 jahre lang versucht hat genau diese erinnerung zu vermeiden der hoch geübt darin ist das ist hoch ängstigend diese erinnerung wieder hoch kommen zu lassen also wenn man in der therapie wenn ich in der therapie mit solchen menschen arbeite die empfinden das als lebensbedrohung das ist ja auch damals war damals war damals war es eine lebensbedrohung sich daran wieder zu erinnern ist wie es fühlt sich an wie es würde ich erneut in den tod gehen und wenn ich das einem staatsgläubigen so präsentiere dann sage ich im grunde seine mutter aber böse und gefährlich und das funktioniert nicht also da wird man natürlich druck erzeugt gegen druck man wird einfach abwehren das ist eine normale geübte reaktion und stefan molling hat er diese hast du schon erwähnt manuel diese serie gemacht the bomb in the brain und besonders im teil 4 also ich habe das auf deutsch übersetzt bitte anschauen lohnt sich ja der bomb in the brain 4 wird auch erklärt dass es das ist belohnungssystem im hirn massiv angeht wenn jemand der mit emotional bedrohlichen informationen konfrontiert wird in der lage ist und schafft er auch also wenn er das schafft diese emotionen wegzuschieben er diese informationen wegzuschieben so muss ich doch schon oder dann gibt es ein belohnungssystem und das geht nicht immer da wird nicht nachgedacht das ist eine emotionale abwehrreaktion kommt aus dem bindungssystem und hat nichts mit der großzimmer zu tun und deswegen wenn man das war ist ist man natürlich sehr viel vorsichtiger bei der verwendung von argumenten natürlich ist das wichtig auch argumente zu bringen aber doch nur bei menschen die sich dem zuwenden die das wissen wollen dass man muss immer wissen dass dass das möglicherweise an ein trauma rührt wenn man mit leuten damit konfrontiert wir haben ja alle schon glaube ich sehr heftige diskussionen mit anderen menschen gehabt und ich glaube dass da eben trauma eine ganz wesentliche rolle gespielt hat die versuchen sich dazu schützen ohne das zu wissen so jetzt haben wir ja über lösung noch das ist ja die idee hier deshalb habe ich einfach mal ein bisschen provokativ eine reihenfolge aufgestellt muss man natürlich nicht so machen aber wenn man sich das bewusst macht dass solche dinge früher abgelaufen sein können und dass ich da vielleicht selber mit zu tun habe dann ist natürlich was ist denn dann wichtiger dass ich jetzt den staat irgendwie einen zehntel nanometer zurück dränge oder dass ich mich um meinen eigenen scheiß mark kümmere und ich würde natürlich sagen für den psychotherapeut kümmert euch auch um meinen eigenen scheiß das ist so viel wichtiger also traumatisierungen integrieren die eigene spaltung und auflösen sich der wahrheit der eigenen geschichte stellen das ist schwer das ist scheiß viel arbeit aber es ist so lohnend ich kann es euch nur empfehlen und es ist was was man wirklich beeinflussen kann da kann man das tun am start kann man meistens nicht so viel tun wenn man das tut können wir jetzt ein bisschen pädagogischer wieder werden dann hat man auch natürlich viel größere chance die eigenen traumatisierungen nicht an die eigenen kinder weiterzugeben das geht so schnell selber eltern ich bin in einer gewaltberatungsstelle es ist wirklich sehr erstaunlich wie mächtig diese unbewussten traumata agieren und wie schnell sich die alten situationen wieder inszenieren bloß mit verteilten rollen dass ich jetzt der täter werde wie das bei der mutter war und mein kind zum opfer wird und ich genau dieselben probleme habe die ich früher mit meinem vater hatte mit meinem sohn also es ist sehr erstaunlich wie zäh das ist und wie früh das eingeprägt ist und wenn es stimmt was ich sage dann ist es auf jeden fall eine sehr gute idee anarchismus zu propagieren in einer bevölkerung bei denen das traumalevel relativ gering ist glaube auch deswegen dass man in sehr gewalttätigen kulturen nicht immer mal nach mittelamerika wo sich sehr viel geschlagen wird oder afrika hat es keinen sinn anarcho kapitalismus zu predigen weil die leute sind sowas von der maßen traumatisiert dass das gar nicht funktionieren kann und vielleicht ein zeichen der hoffnung dass hier das möglich ist dass so viele kommen aber ich glaube es muss eine gewisse offenheit geben wenn man sich diese gedanken zuführen kann jedenfalls wenn mein argument irgendwas taugt wenn man das alles getan hat seine eigene traumatisierung bearbeitet ich tue ja so als könnte man das nur nacheinander machen keine neuen traumatisierung weitergegeben hat heile kinder in die welt entlässt ich wünschte ich könnte das tun dann ist finde ich auch noch empfehlenswert man dann glücklich und gut lebt man sieht sucht sich eine arbeit die einem begeistert die einem spaß macht man guckt seine beziehungen an sind die in ordnung sind die gut tun die mir gut oder bin ich in irgendwelchen missbrüchen beziehungen traf es gar nicht das kann man ja dann auch besser wenn man die eigene die fähigkeit wieder erstarkt hat ausbeutelte beziehungen zu erkennen und dann kann man da vielleicht dabei bitcoin erfinden oder das internet verbessern und das sind alles sehr mächtige werkzeuge der dem staat etwas entzieht aber das ist nicht nicht direkt gegen den staat gewesen sondern da war eben jemand hat sich dafür begeistert der konnte das der hat da spaß daran gehabt und hat das dann gemacht und wenn man dann immer noch zeit hat dann kann man ja vielleicht auch mal einen aufsatz gegen den staat schreiben und sich hoppe zugesellen und sagen aufklären wachrütteln ist eine gute idee das finde ich auch alles legitim finde ich auch richtig aber ihr kriegt vielleicht mit ich sehe das mit so einem schmunzeln das ist ich bin immer dafür dass man die dinge beeinflusst die man wirklich beeinflussen kann und das ist halt das eigene leben am ersten jetzt habe ich noch ein ja ich habe es ja schon mal durchblicken lassen das ist noch mal deutlicher ich krieg halt mit viele von den freiheits fans geben dem thema freiheit und gegen den staat sehr viel raum sind sehr emotional engagiert da drin und das finde ich sehr ehrenwert und freut mich auch aber vielleicht ist ja diese starke raum den das einnimmt und die heftige emotion die damit verbunden ist gehört die ja vielleicht an einen anderen ort ich gehörte ja in die kindheit ich gab es ja mal herrschaft ausbeutung bösartigkeit gemeinheit in der vergangenheit habt ja schon verstanden dass ich glaube dass das doch ziemlich häufig der fall ist also das würde ich eben euch mitgeben wollen dass der eigentliche gegner vielleicht in der vergangenheit war und dass der gegner als staat also man könnte vielleicht zuspitzen sagen uns geht es ja verdammt gut wir wären ja gut bewirtet und wir sind hierher gekommen haben wir frei also der staat hat es jetzt nicht daran gehend hat aber das trauma vielleicht hat ganz viele leute daran gehen wir herzukommen und das zu denken und ja innerer frieden entsteht eben erst wenn man alle teile der persönlichkeit drei davon habe ich ja aufgezählt und es gibt natürlich ganz andere konstellationen und noch und dann viele andere doch mit mehr teilen wenn man alle teile lebensgeschichte an nimmt dann erst kann man in ihrem frieden bekommen und das wünsche ich euch das ist ja nicht sehr gut natürlich ich 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 Vielen Dank.